was geht ab leitung der gastro opening wer sich noch erinnert ich war mit tatty hier food truck die hatten tacos und burger und da war schon in planung im aufbau das restaurant dahinter und jetzt ist es soweit jetzt haben die offen ich habe gerade davon geredet ich habe mich an dresscode gesagt aber die mich schon ich habe gar nicht gesagt ich komme so leute voll verplant ok schauts leute grand opening ok das passt irgendwie nicht dazu gym physio kitchen wellness schauts mal leute also die sind ja auch so jim ist das klasse haben die klasse sachen du es ist der gym experte hier es ist ein potein drink krabisu oh mein gott alter so wir schauen uns mal ein wenig oh sorry wir schauen uns mal ein wenig um leute das sind die räume hier ist es nicht wo dann mein gott ich dachte du wolltest die räume erstmal sehen ja ok die räume haben wir jetzt gesehen wir machen aber eine führung auf eigene forst das ist keine gym etikette hier das ist das gym das ist aber übersichtlich hier hat gesagt gefragt ob der burger besser ist als der auf ihrer hochzeit wahrscheinlich nicht der auf deren hochzeit war der war echt heftig ich habe mir direkt zwei oder drei gegönnt weil wir nicht geschafft haben ärgern uns jetzt alle leute oder nicht ja was ist wie war er oh mein gott sonst heißt ich bin der kritiker man du bist der kritiker er war schon fahrrad man wow du bist echt der kritiker ja probier es fehlt pep es fehlt pep oh mein gott nein nicht meine aber doxana hat es auch gesagt man unabhängig von mir ja schau mal wie saftig der hier ist so oh mein gott arpesto oh mein gott oh mein gott der schmeckt noch gut der schmeckt doch gut also kommt wir noch erst ein bisschen ja das sind so drei bis vier das ist man schuld noch nicht oh mein gott oh mein gott Ich habe mir noch einen zweiten Drink gegönnt, Leute. Und noch einen dritten Burger. Also ich finde den deliziös. Gut gewürzt. Das ist irgendein Leichtgewichts-Ding. Da fühlt man sich leichter. Für die Leute, die verletzt sind. Es hat noch Luft gefüllt, oder? Ja, genau. Wow. Jetzt ist es so schön. Ich schreibe mir, was sie läuft. Aber wenn sie mit dir... Welche Nummer ist das? Das ist meine Fünfte. Okay. Ich finde die lecker. Nicht so schön. Schau mal, wie die glänzen. Schaut es mal, Leute. Die haben eine Leichtgewichts-Ding. Mein Instagram-Konto. Ich brauche das auch. So. Wir schauen uns kurz mal das Restaurant an, Leute. Feed me tacos and tell me home pretty. Also die Toiletten werden gehypt. Die sollen sehr schön sein. Die sind echt schön, sagt er. Selbst der Kritiker. Wir schauen uns mal an, was die so auf der Karte haben, Leute. Latin American Fusion. Ceviche? Oh. Was das? Okay. Mach weiter. Tacos natürlich. Protein Bolts. Okay. Okay. Was ist das? Ist das schon nach Sparsie? Ja. Oh. So. Wir schauen uns noch im Keller um, Leute. Oh, Spinning. Sehr lieb bei den Mädels momentan. Dark Spinning. Hast du da auch immer einen Trainer, Leute? Cool. Du kannst den Raum gerne selbst in der Zeit hergeben. Warte, warte, warte. Eigentlich können wir zwei bis drei Mal in der Kurse. Bitte nicht gegen den Boxerkram. Nein, nein. Den haben wir ja schon sehr gut angebracht. Oh mein Gott. Das ist meine Ecke hier. Da kannst du dich gerne austoben. Das ist meine Ecke hier. Das ist meine Ecke hier. Ich bin tatsächlich ein bisschen normal unter Hobs. Ich kenne das nur aus der Filme. Ich auch, ja. Das habe ich auch. Aber ich will keine Chance haben. Hier wird dann unser Function. Alter, das da. Das ist bei Dingen. Das kenne ich. Das sind diese krassen Lockbett. Ja, Mann. Das war die erste Aufgabe bei... Hast du Season 2 gesehen? Bei... Physical 100. Ja, natürlich. Das war aber bei der ersten Folge von Season 2. Nein, das ist in der ersten Folge. Nein, das ist in der ersten Folge. Um den Schuh rausziehen. Und dann leg ich es dir gerne mal an. Was bringt dieses Magnetfeld? Was macht das? Das stimuliert bei der Stimuskulatur. Und dann wird es bei der Stimuskulatur. Und dann wird es bei der Stimuskulatur. Und dann fördert es noch ein bisschen die Heilung. Mhm. Ganz oben. Das glaube ich nicht, aber... Ja, komplett gehalten wirst du nicht sein. Aber das ist da runter. Und da eine. Das ist so eine Art von Wunderung. Also ich bin sehr begeistert. Und das ist sehr oft, ja. Schauglücklich. Genau. Spannend ein bisschen an, ne? Kontrahierst du was? Ich weiß nicht, das ist jetzt mit Strom oder? Das ist mit einem... Mit einem Gerät drin. Genau. Aber wie merkt der irgendwas? Weil der hat jetzt mit Hattern das... Der Körper hat ja auch manchmal mit dem Feld sozusagen. Und der spricht das ein bisschen noch an. Merkst du schon ein bisschen, dass der Fuß wieder zuckt? Ja. So Leute. Dimi testet die Geräte aus. Ich gehe mal pinkeln. Ich weiß nicht, wie es essenstechnisch, restaurantechnisch aussieht. Ob da noch was kommt. Weil... Wir sind ja eigentlich für das Restaurant Opening hier. Und nicht für... Um dieses Gym Physio Zentrum abzuchecken. Kommt, Leute. Physical 100. Oh mein Gott. Ja, hier ist nichts. Hier... Das Saunabereich, Leute. Dimi lässt sich weiter behandeln. Wir schauen uns mal um. Kennt ihr diese Horrorfilme, wo die Tür nicht mehr aufgeht und dann sterben die langsam? Also Dimi ist begeistert von dem Laden hier, Leute. Der lässt sich auch schon beraten. Angebote einholen. Die haben ihn. Hoffentlich kriegen wir Provision. Ich bin auf der Suche nach Essen. Ich hoffe, hier gibt es noch was. Ich nehme sogar noch mehr von den Burgern. Also ich habe schon den... Ich würde mich freuen, wenn ihr dafür schön Werbung macht. Also dass alle auch noch mal fleißig hier posten. Und ich werde dann auch noch mal vor der Wand ein paar Interviews führen. Meine Begleitungen leiden. Die waren nicht so vororschauend und haben nicht so viele Burger-Gares wie ich. Ja? 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 Bist du jetzt zufrieden? Klasse, Tacos? Ich habe noch gar nichts gesagt. Ich kenne den schon, die sind gut. Pass mal auf, iss mal auf dem Tisch, du truppst. Kritiker! Ja? Okay. Ey Leute, ich habe keinen Taco mehr erwischt. Ich konnte mir das wohl nur so einen kleinen Appetizer erschnappen. Okay, dort ist fünf Burger. Boah, first mit Alkohol. Beste. Kurs geht raus an meinen sehr guten Freund. Er hat einen Taco besorgt. Ich meine... Cheers Leute! Meine Privat-Renten- und Arbeitsstelle. Das ist meine... Das ist meine privaten Zusatz für sich. Ja, genau. Wie ist es? Die zahlen auch alles komplett anstatt. Yes Leute, so viel wie geht. Schaut mal Leute, die sehen schon klasse aus. Yo, was geht Leute? Nächster Tag, nächster Morgen oder schon Abend. Und wir sind heute hier. Ich weiß nicht, ob es hier Essen gibt. Ich glaube, das wird auch ein Vlog mit beiden Events. Weil gestern war ja auch nicht wirklich Essen. Ich wurde da in die Falle gelockt. Ich dachte, das ist sogar Opening. Auf einmal ging es eher ums Gym, Physio. Wir sind hier. Wir sind hier. Ein Solana-Event. Dimi kommt auch gleich. Ja, mach das. So, schauen wir mal rein Leute. In Berlin war ich. Hier in München war ich tatsächlich noch nie. Ich höre die Menge. Let's go. Ich brauche einen neuen Sticker Leute. Meiner ist kaputt. Oh mein Gott. Mach doch nicht die Wolke weg. Ich hab's doch nicht kommt Tage Leute. Soll er die Wolke überkleben. So. Wir haben eine geile Terrasse. Okay, die Sicht hier ist jetzt tot. Aber an sich. Interessant. Klein. Kein Vergleich zu Berlin. So wie immer. Kurz geht raus an Berlin. Wir schauen uns mal weiter um Leute. Wir sind auf Entdecker. Mein Gott, what the fuck. Ich hab gerade die Toilette abgecheckt. Hier ist viel geilere Terrasse. Gibt es irgendein co-working space normalerweise? Ja. 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 Das ist Tobi Leute. Oxanas Mann. Ja. 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 Wieso hättest du das? Hast du was gelernt hier? Tatsächlich ja. Ich finde auch. Aber was ich nicht ganz verstehe, wie das Zentrale und Dezentrale zusammenarbeiten kann. Kann es nicht. Das kann es auch nicht. Kann es auch nicht. Es gab ein paar Vorträge. Dies, das. Ja. Ich geh mit den Zuschauern. Ich warte jetzt auf die Pizza. Schnappen uns ein paar Stücke und dann können wir gehen. Ja ist das so? Essen for free, man. Schau, das Pizza ist da. Ach, der ist geklaut. Digi hat den ganzen Pizza klar gemacht für uns. So, wir sind im anderen Raum, damit wir ungestürzt sind. Da wird doch keiner stüttelt worden. Hier nochmal die Location Leute. Das war's von mir und Oksana, Tobi, Dimi. Wer alles in den zwei Tagen in den Vlog vorkam. Heute ein Vlog. Lassen wir erst mal das Döner-Video sacken. Und dann macht man nächste Woche weiter mit Food Content. Es kam ein bisschen Food for free. Aber ja, Event ist anders verlaufen. Oder ich hatte einen anderen Eindruck, wie das dort sein wird. Deswegen packen wir das alles zu einem Vlog. Das war's von mir. Wenn wir mal liken, subscribe, kommentieren. Checkt mich so auf Instagram. TikTok läuft gut. Instagram läuft gerade auch richtig gut an. Vor allem dank dem Döner-Video. Ja, YouTube ist okay. Und ja, zwei Kanäle, ihr wisst. Zwei Kanäle halt. See you, business and ciao.